Ach du Kacke, okay. Weil wenn das so windig wird, dann wird uns schneller kalt. Aber der Wind ist in unserem Rücken, das ist gut. Der hält uns also nicht auf, sondern der beschleunigt uns eher. Mehr oder weniger. Nee, 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 nee. Das war gerade gar nicht schön. Och, nö. Mist. Nachladen. Uff, zum Glück haben wir noch genug Munition. Oh, der Sturm. Ach, ich wollte gerade sagen, der Sturm lässt nachher, war nur in einem sturmgeschützten Bereich. Wir behalten die Waffe mal in der Hand. Angeblich haben die Wölfe ihn getötet. Getötet, getötet. Fressen einfach nur getötet. Oh Mann, und es ist so kalt. Haben wir genug Holz dabei? Wir haben die Kohle dort gelassen, ne? Oh shit. Ja, das heißt, wenn wir nur noch ein Viertel haben, müssen wir unbedingt eigentlich Holz sammeln und uns ein Feuerchen machen. Wo soll ich denn das Feuer machen bei dem Sturm? Ach, du meine Nase. Oh, nee. Na gut. Ähm. 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 Rückenlangen. Naja, ich glaub, die Hälfte haben wir jetzt ungefähr, ne? Ganz rück. Wir laufen jetzt ganz langsam. Und dann rennen wir ganz schnell. Ach, das auseinanderzubauen dauert zu lange. Ach, ich wünschte, es wäre heller. Nee, unsere Ausdauer ist jetzt nicht so gut. Kein Wunder, dass wir nach Ausdauermühle wollen. Oh Mann. Okay, 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 okay. Das ist in Ordnung. Das ist alles in Ordnung. Ja, du hast recht. Mann, da hinten ist eine Brücke. Da könnten wir es probieren. Ja, da ist es. Kappen sammeln. Stock. Stock. Sehr gut. Hier, uns ist sehr kalt. Uns ist das Melk. Hey. So. Okay, wir haben... Oh, doch, wir haben... Oh ja, Mann. Komm schon, komm schon, komm schon, bitte. Oh. Da ist Brennstoff hinzugeben. Hey. Sehr schön. Huch. Oh. Wir haben nichts weiter. Wir können uns jetzt hier ein bisschen aufbären. Vier Stunden. Wenn wir was garen, nehmen können wir nicht. 25 Grad, wärmer wird's und nüß. Hätte auch hier unter der Brücke Platz nehmen können. Gut. Okay, wo könnte ich sonst noch was herbekommen? Jetzt erst mal die vier Stunden warten. Vielleicht sollte ich mich auch hinlegen in diesen vier Stunden. So, in das Feuer. Ah. Also, ich würde mich so hier irgendwie hinlegen. Ach, es war zu weit weg. Na gut. Wir legen die Waffe mal weg. Und legen uns jetzt drei Stunden hin. Hoffentlich hält das Feuer so lange. Hören wir es? Ach, sehr gut. Ach, es hält immer noch drei Stunden. Krass. Krass. Dann können wir jetzt die letzte Portion davon essen. Die sind echt beutwerte Dinger. Und dann das hier trinken. Ja, und dann Fackel nehmen, würde ich sagen. Und los geht's. Ah, ist schon vorbei. Na gut. Was soll's. Wir können es nicht ändern. Oh, hier wäre auch ein Auto gewesen. Wir müssen jetzt bald nach der Brücke. Wir können die Fackel weglegen. Weg müssen wir unbedingt Holz sammeln. Nix. Wenn wir jetzt hier schräg rüber gehen, müssten wir genau drauf zulaufen. Ah, sehr schön. Sehr schön. Und hier. Boah. Ja, wie die Zeit vergeht. War aber klar. Öl- und Trisektor. Ja, ja. Wir müssen jetzt erst mal da hinkommen. Weiß. Hätten den kleinen Ast nehmen sollen. Wir brauchen ja für die ganze Nacht Holz. So. Drei Stunden werden nicht reichen. Das ist eine Höhle. Das ist praktisch. Wir haben noch Lampenöl dabei. Gut, dass wir das vorher rausgenommen haben. Hier ist nichts weiter. Irgendwas. Irgendwo Kohle oder so auf dem Boden. Nee, das ist alles keine Kohle. Schade, schade. Na gut, machen wir hier aus. Und legen uns hier an den Rand, würde ich sagen. Feuerchen. Äh. Wunderbündel. Einen von zehn Stöckern. Na, dann hoffen wir mal, dass das jetzt klappt. Bitte, 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 bitte. Oh. Oh, das kann immer noch ausgehen. Das kann immer noch ausgehen. Ja, los, komm. Das sieht sehr gut aus. Okay. Vielleicht. Weiter hinten in der Höhle vielleicht. Hier so. So. Oh nein, eins von zwei Zunderbündeln. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Mein Gott, ach, dass es klappt. Bitte, 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 bitte. Ja. So. Ich muss nur den Weg zu sprechen. 4 Stunden. Okay, wir legen uns jetzt hier wieder drei Stunden hin. Ah, so, ich darf es halt. Drei Stunden. Let's go. Hoffen wir, dass das Feuer hält. Noch brennt es. Sehr schön, sehr schön. Noch drei Stunden. Okay, legen wir uns nochmal zwei Stunden hin. Mal schauen. Wir werden es ausreizen. Noch eine Stunde 59. Wenn wir jetzt noch eine Stunde schlafen, müsste das ja hier nicht. Auf hier. Gehen wir in die Fackel. Ach, wir können immer noch eine Stunde schlafen. Okay. Nicht schlecht. Das hat länger gehalten, als wir gedacht haben. Und sagen. Gut, dass wir so viel Wasser dabei haben. War gut, die zwei Liter mitzunehmen, muss ich schon sagen. Jetzt essen wir so einen Früchteriegel. Und dann müssten wir genug Kraft haben, um zu unserem Handort zu kommen. Wir müssen nach da. Und dann, wenn wirènciaچen können, kommen die B much, was denn dann angeht. to einen Früchteriegel war ein… Musik 2